Ja hallo Ja hallo Herr 61696 Ich war da gerade in dieser Küche Schlaft mir, dass ich so schnell wieder rein Ohne Küche Also ein bisschen spielen wir alle, sei es hinten, oder? Ja genau Dann machen wir drei Krieger Ich sehe es ganz genau Ja, also ich kündige es jetzt an Ich täte dann dieses Liebnam Und auf die Tracer draufhubst und dann ist sie tot Naja, sie hupst einfach den Küchen weg Wir haben kein Tracer, tatsächlich, man verlor Kann sie nicht nehmen Dann glaube ich, sie ist cool auch Okay Ja hallo Ja hallo Ja hallo Ja hallo Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Ich habe überhaupt nicht die ewig Zeit. Du musst gleich auf den Stall. Sander, kennst du Frank Nowak vom Fraunhofer? Nein. Ich kenne von Fraunhofer niemand. Ich war nicht am Fraunhofer. Ich hätte können singen, du hast doch den Bewerb. Achso, ja stimmt, ich kenne nur den... Oh, ich habe den auch schon vergessen. Ja, das steht wahr. Ja, ja, sauviel. In jedem Spiel ist er nicht dabei. Ich kenne nur noch den Jörg Der oder so, aber der ist wohl, äh, ja, etwas höher. Den Namen habe ich behalten, aber ich nix. Ru, ru, ru. Ru, 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 ru. Ru, 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 ru. Gut, drei, drei Lose. Und nur dem Spiel gehe ich wahrscheinlich. Gein. Dann gibt's, dann gibt's wieder Wins, Menschen. Nee, ich lasse dich nicht spielen, ich will schneller. Aber nur dem Spiel geht jeder, Menschen. Wahrscheinlich schon. Ja, nett, das ist gar kein Wochenende. Irgendwo auf der Welt ist jetzt Wochenende. Und das war gelohnt. Ja, gut, heute ist Mittwoch, hm? Mit Wochenende. Mit Wochenende. Leto beginnt das Wochenende, soll nicht. Und Ende tut's Mond aus. Ich dachte, ich hätte das Video noch ganz nett sehen. Abwissen nämlich. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaub, das war, weil ich auf dem alten Handy hatte. Und dann ist mir die Festplattue kaputt gegangen. Ja. Warum? Ah. Du weißt doch, dass er aufgetaucht ist wieder, oder? Ja, vor allem, wie? Es kann nicht Sinn, dass er in die Ritz vom Sessel war. Äh, joa. Ich hab schon längst die neue iPod. Und dann ist er, mit Gewitz, es war ja sogar so, dass man den iPod 4 ist mir dann aus der Tasche gerutscht und ich hab's gemerkt. Und er ist voll in den Sessel nennen. Greif ich nennen, kommt iPod 3 raus. So. Hä? Es kann nicht Sinn. Es kann nicht Sinn. Also, das war eigentlich so ein normaler Sessel. Da konnte eigentlich nicht wirklich was drin. Aber der war halt so alt und anscheinend war die Ritz halt doch ein bisschen tiefer. Die Hand hat halt in ihn gepasst. War da einfach ohne Gelehr. Ganz nett Sinn. Und noch dazu geht nie auf. Ich suche gleich 10 Minuten. Echt? Oh ja, tatsächlich. Weißt du, was nachdem du da basiert? Du kannst nicht schnellen. Nein. Du legst dich jetzt nackig ins Bett und warte auf mich. Au. Hm? Hm? So, wenn er... Der... Der... Der ist saftig. Der ist extrem. Gell? Hm, ja. Gekratzt, ja. Oh, geht nie auf. Jo, wir hätten dann gleich 10 Minuten erreicht. Und dann kann alles passieren. Wechsel schon nie. Betrogene VW-Kunden sollen 5000 Dollar bekommen. Jo. Bin aber droger. Oh, ist bereit. Die haben keinen Tracer. Haben gewonnen. Die haben einen Atal, nicht mehr einen Verloren. Oh, der hackt. Uh, die haben zwei Chainers oder zwei Thralls. Das gefällt mir auch nicht. Die sind da alles auf Schildern, geht dann nicht tot. Naja, die Map. Oh, guck mal, ich denke, die hat einen Verloren. Die ist nirgends drauf. Jo, und die haben auch noch das Funkelsche. Das macht nix mehr schade. Ja, Atan ist es gar nicht so, dass er einmal dabei ist. Er ist gerade so unfair. Der wird den neuesten OVG, oder? Ja, denke ich auch. Nur deswegen. Ja, was ich schon gesagt habe, ist es leid nicht eher dort, dass er jetzt charging kann, sondern dass er stattdessen jetzt das Schild nehmen kann. Jo, ja, ein Schild uncharged. Das ist halt... Jo. Oh, soll ich es machen? Nehm ich Block? Ja, ich nehm Block. 75%. Block ist toll. Oh, ja gut, dann gehe ich halt nur noch. Ich gehe zum Bernhard. Ich auch. Jo, ich gehe. Dann gehe ich doch alle hoch, oder nicht? Oder gehen wir alle in die Mitte, oder? Oder ich gehe zum Sonder, zum Sonder geht auch. Sonder ist dann, du hebst ihn hoch, mach steil. Okay. Jo, ich bin de Passiv. Ich bruche nie ilde da. Habt du gewusst genug. Ich bin ja schon nie ilde da. Ich gehe in die Türme immer drauf. Jetzt. Neee! Oh. Ich bin ein Schwein. Ist es in den Nähe geflochen? Scheiß. Ah. Okay. Okay, das... Ne, heil nicht mich. Heil nicht mich. Ich hab das Wallhaube, Bune ist da Tarnis, pusht unser Türm. Gehen, oder? Also du fühlst dich grad wie die Elite an, als Tracer. Okay, ja, scheiß ich. Ja, okay. Also mein Mann, wenn er. Und fühlst dich wie die Elite an als Tracer. Also Bune müssten da schon kreieren, ne? Dann gehört die Macht des Drachen euch. Okay. Ja, gut. Unne müssten da schon kreieren. Unne müssten da Ninn. Warum sind die noch mitte? Unne. Unne, please. Ah, danke. Ja, ich brauche B. Unne ist so sehvoll Ninn. Ah, das ist eklig. Also den gibt's da, ich bin ne passiver Brockbender. Da kommt gleiches Roll runter. Ich glaub dann habe ich die Quest genommen. Ich muss dich irgendwie lauterst, Alexander. Ja. Muck. Sollen wir dem vielleicht mal auf die Schütte festknallen? Alle tot. Alle tot. Alle tot. Was ist doch grad passiert? Hast du einer gekillt als Tracer? Naja, okay. Jetzt könnten er den Drachen nehmen. Ja, könnten er jetzt nehmen. Jetzt könnten er nur nehmen. Jetzt wärs ganz okay. Oh. Ja. Ja, sieh ich mir auch davor. Der wachste. Ist schon geil. Dachte ich mal schief. Dachte ich ja, dass er Morales hätte. Oh, der Pennant. Der Pennant. Und noch mal. Mit steh'n jetzt noch mal. überall miene na gut dann mach mal weiter so ich müsste mal mal nachholen mehr feed was hast du echt gemacht das wo man sterben darf aber hätten sie wenn ich nichts machen dann wirklich ja ohne wird es dann halt da eigentlich das ist mein job mit zu aggro bitte weil ich hab 5 bis 60 die jena kommen wir lassen sie kann nix die kann gar nix ja das sind zwei haupt ihr kann ich nur nur mehr bei uns sind drei wenn sowas funkelscher zum abbrechen naja das funkelscher kommt runter weil bruscht aubertürmen ja nicht sagen dass ich die ganze zeit zu dem esel macht mich Ich bin schon fähig, ich bin schon raus. Ich stelle jetzt den Steiner, Latze. Was halten denn da mit? Oh, okay. Ich habe auch gedacht, dass er atmet, dass er geht. Er ist echt weit weg. Ja, er geht schnell sich drauf. Das war's. Armand haben wir ja schon wieder. Ich bin mir eigentlich gar nicht am... Oh, guck mal da, guck mal, das Funkelschirr. Hast du eine 100 bei Netz? Ja, du hast eine nice. Ich habe einen Thrall gekillt. Ich bin stolz auf mich. Also, Mitte kann ich jetzt holen. Ja, diesen DK, da kann ich... Oh, 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 oh. Sander, schaffst du das? Oh, nein. Ja. Komm, nein, nein, nein. Funkelschirr. Latze, 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 Latze. Dann gleich Level C. Okay, okay. Ich habe versucht es nur, selber. Warum ein bisschen... Wollst du nur unbedingt... Ich bin tot. Warum wollst du nur unbedingt so... Was? Wie so viel sind? Alter, es Funkelschirr, guck mal. Sollen wir es einen Latze, oder? Ja. Aber wir haben jetzt wieder ohne, ne? Wir können ja gerade einen Draher holen. Komm. Holen wir es einfach. Holen wir es jetzt schnell? Schon ist es zu spät. Holst du es jetzt? Ja, danke. Ich habe gefeatet, deswegen. Ja. Volles Vertrauen. Komm, das Ricken schluck mal, schluck mal, schluck am Brunner, ne? Du schluckst? Schluck mal, schluck am Brunner. Willkommen, oder? Du kannst es auch. Ja, wo? Du kannst es auch nicht. Oh, voll liegen. Ich muss ihn gerade unten rinnen. Das ist gut. Ich glaube, dein Geld schon mal döver. Ja, das war nicht schlecht. Er hat Mana null. Oh, ich geh mal, ich komm noch runter. Oh, jetzt war ich dann dort, ja. Das ist nicht schlimm, weil ich hab die Campen an anderem gehabt. Oh, äh. Hi. Ich mach mal Camp. Let's campen. Ja, gut. Vor allem geht diesen Pseudo-Athanis. Mach doch grad da unten ins Camp. Das unten ist sau riskant. Ja, dann mach ich das. Dann mach ich das mal. Ich mach grad ihr eigenes auch. Ich mein, dem Buschtisch passiert gar nix. Ist auch das Tor wieder voll? Ich glaub er voll. Dieser, dieser Mule ist ganz gut grad. Bei uns. Oh, die haben unseres gemacht. Hallo. Hallo. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Mit denen platz machen wir es jetzt. Das ist das Wallware auf, also komm ich mal runter. Es kann Sinn, dass da gleich Sunderring von oben kommt. Oh. Das war alles. Okay. Steht Abba-Tour. Automatischer Angriff hat mich gelatzt. Ja. Dann war's das Wall. War's mit Funkelchen noch? Okay. Nein, mit dir. Weil du bist vorne, du hast kein Schader dabei und die sind zwei mehr wie du. Benert ist auch einen Meter hintermach. Ah, okay. Benert. Jawohl, Benert. Benert. Benert, die machen sich lustig über dich. Das ist das andere, wo ich gar schade mache. Ja. Okay. Soll ich mit da hinlaufen, vielleicht? Warum? Willst du das machen? Okay, ich bin dran. Geh mal hin hin. Komm mit den Schader, komm mit den Latzen. Ich bin voll drin. Wenn er mit der Hole täte, dann wäre das jetzt gut. Weil wir haben es nicht mehr lang. Geschickt, drückst du rechtsklicken und dann, ja, so laut ist. Ja, alles klar. Geil. Machen wir's doch so. Kannst du mal jemand drüber schießen? Warte mal. Ja, schießen Sie mal da drinnen. Hat Hanis? Ja, ist ganz okay. Oh, der ist ausgeschossen. Schade. Aber das Wall, der ist tot, tot, tot. Heisch, denn jetzt nochmal versuchen, auch laut zu nehmen. Oh, ja. Oh, kann ich nicht griechen, scheiße. Woa, was ist das cousin? Ahoa... Da ist griechen. Beschützt du uns auch? Beschützt du uns? Nein, hab ich abgezucht. Von Nina? Neh? Nee? Nee? Ich stehe mich zwischendlich unter... Neee! Ja! Das war leck! Gehen wir kurz fahrt. Oh, der Vardanes wollte nicht fahrt gehen. Unser Heiler hat keine Ahnung mehr, also zumindest nicht mehr viel. Gehen wir auch. Ich trete auch. Nein, ich gehe auch unter. Ich gehe auch unter. Ich mache auch eine Wave. Wenn wir da vielleicht... Dann noch eine Zinfler haben. Nein, nein. Nein. Ah, gut. Ja, wir sind... Wir sind 5 vorne. Wir sind zu 1,2,3. Okay, ich komme wieder. Ich bin auch gleich da. Ich strecke mir da die Tasche. Wenn er Lassung jetzt... Ah, ich gehe da auch wo. Oh, guck mal, guck mal. Wie wo tot ist. Lassen wir. Wow. Oh. Bäm. 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 Ich weiß nicht, ob es da nicht gerade Spaß macht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abbrechen. Also schade. Kriege ich keine Ahnung. Schade. Kriege ich keine Ahnung. Boah. Ja. Ich bin nur B. Da unser Heiler kein Mana mehr hat, bin ich nur gerade B. Tschüss, ne. Unser Heiler ist AB. Puh. Ich glaube, wir machen das noch. Ich will hier gehen, die Lär wieder noch. Gehen, 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 gehen. Wir sind zu 5. Ähm. Doch nicht. Mach. Aber du. Aber du push. Push over. Der sitzt da irgendwo. Ich bin immer so hoch. Bäm. Bäm. Das ist fair. Wer nicht, oder? War das fair einfach? Ich guck immer noch da oben. Kann nicht sein. Ich glaube, das war geil, ey. Das war ein nice Mundschiss für dich. Naja, er ist weg. Er ist weg schon wieder. Er guckt in der Base. Wer nicht. Kann ich das nicht mehr würdigen? War das nicht gut? Nein, nein. Da ist noch irgendwo. Kommen sie da noch her. Er guckt in der Base. Da? Da bist du nicht. Schlafen wir in der Innere. Doch, da sitzt er. Da oben ist er. Und du bist dort? Was hat's gebrungen? Oh, ich schwung gerade. Der wohnt. Nur hat ihn. Kann nicht sterben. Er hat sich irgendwo noch rechts unten gegraben, oder? Der guckt doch da hin, wo er hingrabt, oder? Nein. Doch, der hat's genommen, ey. Nein, der grabt. Er grabt sich. Doch, er hat's gemischt. Okay. Wo, wo, wo? Äh. Ich hab gewiss, dass er da unten hingang. Weil er doch hier geguckt hat, als er sich gegrabt hat. Soweit ich weiß, grabt er sich einfach so innen, wie er grad steht. Holen wir's nicht, aber. Gleich ehre ich mich aber auch. Ja. Also, ja. Ich hab jetzt... Ich bin doch hier gelaufen, weil er doch hier geguckt hat. Aber ich kann das auch nicht sein, weil ich dann nicht, ne? Na gut, ich hätte noch 100 Spiele mit dem und weiß es nicht zu hundertprozentig. 100? Nur? Nur? Ja. Ah, da ist der Heiler. Ah, ich hab's jetzt glaube ich oben, warte mal. Ja. Ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Oh, jetzt hab ich da. Mach auf mal. Schalt mal, ja, ne? Ja. 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 Ja, die Wave wäre relativ netflickrig. Und was sieht's nun aus? 3. Oh, guck mal die Jaina. Ich glaub die Jaina kommt noch als Wetter durch. Jetzt ist sie gar der Abba-Tour hergegraben, kannst du sagen. Ja. Jaina, wer tot sagst du? Wenn du's dann schießt, ist sie das. Okay, okay. Ah, der Freund ist einfach weggelaufen. Ja, die ist einfach weggelaufen. Ja. Ja, die ist einfach weggelaufen. Da, du machst die Kerne. Ich guck mal, ob ich da Abba-Tour finde. Ich glaube, ich hab eine Idee. Woher ist? Wo ist die Gürtel? Ja, ich kann sehen aus. Brightwing, Brightwing, Brightwing! Wo ist er denn? Ah, da ist der Brightwing? Hab ich. Hast du schon der gestunt? 4 CF? Doch, hab ich. Da. Da. Soll ich da mal ninhobs und mal gucken, ob er ein ist? Nein. Dann viele. Und ich helf? Ja, ist mir da. Warte, bald. Ich hab leider nicht so viel Peel. Ich bin leider gerade ein Schwein. Ja! Ja! Das war ein geiler Punt. Richtig nice. Äh, verschwinden wir ganz kurz. Ich hab nämlich eine Idee. Oh, ob er wird gepusht, bitte? Ja, ich bin unterwegs schon. Ja, ich bin unterwegs schon. Und er wird durch das sahen. Und er wird durch das sahen. Ja. Easy. Oh, wär ich nicht gehalten. Ah. Gut, die wär dann tot. Denk ich mal. Ja. Ja. Mach schon da mit. Und der Abba-Tür. Ja. 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 Ja, gut. Dann drück ich mal auf R. Ja. 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 Ja.